Ja, Hallöchen zusammen und herzlich Willkommen zu einem neuen kleinen Tutorial von mir. Und zwar wirklich ganz ein kleines, ich möchte euch nur eine Sache zeigen. Und zwar geht es um die Quest König der Reichen Ernte und um die Statue von Koron Nospa. Und wir fliegen daher nach mal Freestyle. Und zwar habe ich von einigen gehört, dass sie sich sehr, sehr schwierig tun, hier den Kopf dieser Statue zu finden. Am Anfang, wenn wir die Quest starten, dann ist dieses große, runde Ding da am Kopf halt eben nicht drauf. Und viele der Leute tun sich wirklich schwer, das zu finden. Und deswegen möchte ich jetzt einfach nur kurz zeigen, wo wir das haben. Und zwar auch hier in der Stadt in Freestyle, in, ich sage mal, unserem Haus oder halt dieses Tourenhaus da, wo der komische Typ halt drinnen ist. Und ja, hier auf dem Tisch wird dann der Kopf stehen. Jetzt ist er natürlich nicht mehr da, ich habe die Quest schon beendet. Aber hier wird dann auf jeden Fall der Kopf stehen. Und ja, ich dachte mir, ich mache ein kleines Video darüber, weil ich ein paar Anfragen hatte. Und ich habe auch selber ein bisschen gebaucht, bis ich es gefunden habe, weil ich halt überall draußen irgendwo geschaut habe, aber nicht hier drinnen. Und das erste Mal, als ich hier rein bin, sah das halt aus wie, keine Ahnung, einfach irgendeine Deko, die halt so hier rumsteht. Ja gut, Leute, dann war es das eh schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und Tschüssi!